Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ar-Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Menschen erschaffen, damit wir ihm dienen. Er sagt im Koran, wa maa khalaqtu al-Jinn wal-Insa illa li-Abdun. Ich habe die Menschen, die Jinn, nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und deswegen ist es auch nicht erlaubt, jemand anderen zu dienen, jemand anderen anzubeten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt eine Gruppe, die sich dem Islam zuschreibt, die sich dann beispielsweise Namen geben, wie Abd al-Hussein oder Abd al-Ali oder Abd al-Fatima und so weiter und so fort. Aber das ist nicht erlaubt, sondern es ist nur erlaubt, ein Diener Allahs zu sein. Denn Allah sagt, ich habe euch nur erschaffen, damit ihr mir dient. Wir gehorchen den Propheten, a.s.w. und Hassan, Hussein, Ali, Umar, Abu Bakar, Khalid im Walid, gehören zu unseren Vorbildern. Aber diese Menschen sind Menschen, die auch Fehler machen können. Denn der Prophet, a.s.w. hat gesagt, jeder Sohn Adams macht Fehler. Und die Besten von denen, die Fehler machen, sind diejenigen, die Reue zeigen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala auch den Propheten Mohammed, a.s.w. vergessen lassen. Und er hat dem Propheten Mohammed, a.s.w. komplettes Wissen von der Religion gegeben, aber nicht komplettes Wissen von allen Dingen. So weiß er beispielsweise nicht, wann der jüngste Tag ist. Beispielsweise. Denn als ich die Brille ihn gefragt hat, Anissa, Kol, Melmes, Uru, Anha, Bi'ala, Minasail. Der Gefragte weiß nicht mehr davon, als der Fragende. Und wie gesagt, der Schaitan hatte schon immer viele Mitteln, um die Menschen in die Irre zu führen. Und er wollte natürlich diese Umar spalten, damit diese Umar schwächer wird. Und er hat das teilweise auch geschafft. Und wir wollen diese Umar wieder vereinen. Indem wir Menschen dazu aufrufen, ihren Verstand einzusetzen. Und ihre Emotionen, ihre Liebe für bestimmte Personen, für bestimmte gute Personen auf Seite zu schieben. Sie als Vorbilder zu nehmen, aber sie nicht anzubeten. In einigen Büchern steht, man muss an den Gräbern, wenn man betet, zu den Gräbern machen. Ist das die Rechteleitung der Propheten? Subhanallah, als die Soldaten aus dem Iran gekommen sind, aus Irak gekommen sind zum Iran, sind einige, als sie aus der Gefangenschaft rauskommen, zum Grab von Khomeini gegangen, haben sich dort entschuldigt. Bei Khomeini, als sie nicht gestorben sind. Und haben zu Schuld gemacht, zu seinem Grab. Wo sind wir? Was ist das für eine Religion? Welche Religion lehrt das? Und hier stelle ich eine Frage. Hassan, der Sohn von Ali, war einer der besten Menschen. War ein unglaublicher Mensch. Und wir lieben Hassan. Und er ist ein Vorbild von uns. Aber wie jeder Mensch, ist er natürlich auch jemand, der Fehler machen kann. Wie der Prophet, a.s.w. das gesagt hat. Aber die Frage, die wir stellen wollen, ist, Hassan war der ältere Bruder von Hussein. Und Hassan ist aus unserer Perspektive auch besser als Hussein. Und Hassan war ein Sohn von Fatima und Ali, radiyallahu anhuma. Warum sind nach dem Tod von Hassan und nach dem Tod von Hussein, die Kinder, wenn doch gesagt wird, Al und Beit sind fehlerfrei, die Kinder von Hassan nicht fehlerfrei geworden, obwohl sie zu Al und Beit gehören, obwohl sie Kinder von Fatima und Ali sind, also Urenkelkinder, warum sind die Kinder von Hassan nicht fehlerfrei geworden? Das heißt, sie sind keine Imame geworden und die Kinder von Hussein sind fehlerfrei geworden. Haben wir es hier mit Willkür zu tun? Haben wir es hier mit Hauer, mit Gelüsten zu tun? Woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, weil Hassan die Khilifa an Muawiyah abgegeben hat? Liegt das daran? Das ist die Frage, die ich mir stelle und die sich jeder stellen sollte, der die Wahrheit sucht. Denn dann wird er sehen, dass es darauf keine vernünftige Antwort gibt. Und wenn es darauf keine vernünftige Antwort gibt, dann zeigt es, dass diese ganze Herangehensweise Willkür ist und dass dieser Methab, der Methab, der Übertreiber in der Familie des Propheten und der Übertreiber in der Position der Sahaba, die die Sahaba zu Kuffar erklären, die Umar verfluchen, die Abu Bakr verfluchen, Leute, die den Islam wie keine andere verbreitet hat. Wer hat den Islam so verbreitet weltweit wie Umar al-Khattab radiallahu anhu und wie Uthman? Ja, wer hat den so verbreitet? Und von daher können wir ganz klar und deutlich sagen, dass dies ein Trick des Satans ist, um diese Umar zu trennen. Deswegen, macht euch Gedanken darüber, wenn ihr keine Antwort findet, dann kehrt zurück, betet nur zu Allah. Betet nicht auf einen Stein, der irgendwo gewesen ist. Das ist nach dem Propheten gekommen. Der Prophet, Allah sagt im Koran, Die Religion ist heute vollständig. Deswegen lass diese Sache weg. Komm zurück. Liebt die Sahaba. Liebt die, liebt Al-Bait. Und Alhamdulillah, wir sind einig. Wir sind einig. Alhamdulillah. Ob du die Hände an der Seite hängen lässt, ist nicht das Problem. Aber komm zurück und höre auf, diejenigen zu verfluchen, über die Allah im Koran sagt, Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, die dich unter dem Baum, die Bay'a gegeben haben, dem Propheten, a.s. Er ist zufrieden mit ihnen. Das ist das, was Allah über diese Leute sagt. Und dass er die Sekhine auf sie herabgesandt hat, alles in Surat al-Fatm. Deswegen übertreibt nicht und spaltet die Umar nicht. Komm zurück zum wahren Weg und lasst uns gemeinsam diese Religion verbreiten. Der Islam hat genügend Feinde weltweit. Der Islam hat genügend Feinde weltweit. Wenn ihr Muhammad a.s. liebt, dann müsst ihr auch seinen Gefährten lieben. in der Taube. Als er zu seinem Gefährten sagt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Mit uns ist Allah mit einem Munafik, mit einem Menschen, der schlecht ist. Nein, Allah ist mit Abu Bakr. Wer war diese Person in der Höhle? Und als er zu seinem Gefährten sagt, sei nicht traurig, Inna Allah ma'ana. Das ist die Botschaft. Schaut es euch an. Suche neuen. Das ist der Gefährte des Propheten. Ihr müsst diesen Menschen lieben. Und ihr müsst diesen Menschen lieben. Der Umar al-Khattab ist kein fehlerfreier Mensch. Ist jemand, der Fehler macht, aber der diese Religion verbreitet hat. Ihr müsst Uthman lieben, der diesen Koran geschützt hat. Und wir müssen alle Ali lieben, der für diese Religion gekämpft hat. Der in Chayba vielleicht gekämpft hat, wie kein anderer, der sich hierfür eingesetzt hat. Und wir müssen die Tochter Fatima lieben, die diese Religion gelehrt hat. Und wir müssen Aisha lieben, die diese Religion gelehrt hat. Und die Fehler, die unter ihnen aufgetreten sind, wo sie vielleicht auch Streit gehabt haben, müssen wir um Vergebung für sie beten. So wie Allah im Koran sagt, Und wenn zwei Gruppen von Gläubigen sich bekämpfen, dann stiftet Frieden zwischen ihnen. Es kann sein. Hier sagt Allah zu ihnen, sie bekämpfen sich und er nennt sie Gläubiger. Das heißt, es kann passieren, dass zwei Gruppen von Gläubigen sich bekämpfen. Weil kein Mensch ist perfekt. Und möge Allah uns allen vergeben.